Dankeschön. Wir kennen alles seit meiner Geburt. Das war unser Problem seit 40 Jahren. Nicht seins meins. Aber wir sind gut damit zurückgekommen. Okay, und das geht in G. Du merkst, das ist so, du merkst das schon. Es hat nur zwei Doren, das solltest du hinkriegen. Das ist in G und in Dora. Zorro singt. Also Peter macht immer so ein Vorspiel. Was auch Peter macht immer so ein Vorspiel. So was Klassisches. Und dann hat man eine Woche Klassik studiert. Das ist auch nochmal. Das ist auch immer so. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020